Irgendein Blauton und irgendein richtig krasses Magenta oder so. Dieses Blumenkostüm loswerden, ne? Ah, der Slushie-Eisbär. Ich finde den Popo nicht. Ich finde den Popo nicht. Ob wir den unbedingt haben wollten. Ja. Hm. Muster... Dann seh ich nicht cool aus. Mega. Nobra, du machst mich grad neidisch. Ich bin ein Pinguin und ich hab den Titel Pinguin-Profi mit einem Pinguin-Schild. Oh, wie geil. Aber dieses Löwenkostüm da von Luna, das ist aber auch nicht schlecht. Das ist ein Slushie-Bär. Oder ein Slushie-Bär. Ich dachte, das wär Löwe oder so. Ja, ein Slushie-Bär. Nein, ein Slushie-Bär. Aber ich will auch so einen Pinguin haben, ey. Wie kriegt man den? Echtgeld. Ich hab keine Ahnung, wie man den sonst bekommt, aber den gab's halt für Echtgeld. Bitte kein Echtgeld. Ich hab keine Ahnung, ob's den überhaupt noch gibt, ne? Ich hab sowas nicht. Ich hab kein Echtgeld. Diese Brille. Ja, ne? Klar. Ich bin der Coolste hier. Mit meiner Minecraft-Pixel-Brille hier. Er ist so cool. Oh mein Gott, alle Frauen stehen auf jeden Fall. Er ist so eine Trombone. So einer am Pinguin geschenkten Freund. So eine Brille? Ja. Geil. Damit ich's dich auch cool fühlen kann. Ja, und er hat die aufgesetzt und hat gesagt, ich fühl mich cool. Ja. Oh, wie er dann immer so gesagt hat. So richtig so, so komisch gesprochen hat, so als er da sich so, so cool cool ist. So süß. Ja. Cool. Sahst du gerade die Brille auf? Wa? Warum weißt du das? Wuhuhuh. Wuhuh. Wuhuhuh. Wuhuhuh. Wuhuh. 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 werfen. Oh. Sie müssen mir komische Sachen finden, die wir ihnen schicken könnt. Klopapier. Ja. Oh, Froschi. Ich habe ihm Klopapier geschenkt mit süßen Katzen und Hündchen drauf. Bitte was? Ja. Ja. Das habe ich mir selber gekauft und habe mir so gedacht, boah, er muss davon auch was abhaben. Boah, nein, 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 nein. Nein. Klack. Aber auch hier. Boah, Frosche. Hilfe. Riesige, dicke Frösche. Ja. Ich finde, die Frösche sind die süßesten Frösche, die ich je gesehen habe. Ja. Definitiv. Oh mein Gott. Wie. Oh. 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 Das habe ich heute nicht weit, ne? Oh mein Gott. Das habe ich gefallen. Ich fall überall runter und denke mir so, ach das hätte nicht sein müssen. Du bist halt ein richtiger Fallguy. Oh mein Gott, das dahe. Oh mein Gott, zwei Darschner. Oh mein Gott. Ah! Ich hab vor der Ziellinien angeknallt bekommen Pennsylvania! Sie haben mich nicht gewollt. Ich hab' gedacht so, boah, die wollen mich doch machen! ї Finn, a politiques Though I got double left, Raha! Es hat nicht gezählt. Du bist an der Ziellinienkante drangeknallt und runtergeflogen. Wow. Nee. Und da lag ich vor allen Dingen einmal drauf auf der Ziellinie. Das hatte ich aber auch schon mal gehabt. So gemein. Aber ich wette, ihr hattet noch nie so einen krassen Moment wie ich. Ich bin, die Zeit war gerade abgelaufen und laut dem Screen war ich eigentlich über der Ziellinie. Genau in dem Moment, als die Zeit abgelaufen ist und es hat nicht gezählt. Wow. Ich habe mir gedacht, das Spiel, du verarschst mich doch gerade, oder? Wow. Hey, guck mal, da ist Nobra auf dem Screen. Ja. Hey, da bin ich. Hey. Cool. Ja, wieder. Hat extra Modell gestanden für dieses Bild. Ja. Ich bin halt ein Pinguin-Trofi. Tundrall auf. Überbinde die frostigen Hindernisse und renne zur Ziellinie. Nö, ich stolper zur Ziellinie. Hallo, Larch. Ich finde diesen Tintenfischhut aber auch richtig stylisch. Hat so einen leichten Splatoon-Flair. Ja. Wie riesige Schneebälle. Ja. Tintenfischhut will ich am liebsten haben. Tentakel. Aber da war alles halt auch mega cool. Oh mein Gott. Er wurde so geboxt. Nobra, du willst doch diesen Hut nur wegen den Tentakeln. Ja. Tentakel. Tentakel, Tentakel, Finn. Ja. Ja. Oh nein. Hier ist eine Mordsrolle am Ende. Was? Nein. Oh mein Gott. Nicht dieser Wind. Nein. Ich hatte den Wind. Nein. Nein. Lauf, lauf, lauf. Oh nein. Ey, was ist das denn für eine Kacke? Ich komme nicht rein. Oh ja. Nein. An der Kante. Ich komme nicht rein. Ich habe die Nobara gemacht. Ich bin an der Ziellinienkante weggeflogen. Oh. Oh, ich komme raus. Also bin ich auch gestorben. Jetzt sind wir alle raus, gut. Wir sind alle raus? Ja. Einen bekannten Smisher hatte ich weggeknallt. Kacke. Sollen wir noch einmal den Hammer-Modus machen? Dann würde ich die Aufnahme bei mir beenden. Okay. Okay. Noch mal umziehen. Dann habe ich glaube ich für das erste genug Videomaterial. Weiß nicht, wollen wir alle einen Among Us-Typen benutzen? Ich glaube wir müssten jeder einen haben, oder? Äh, könnten wir ja spaßeshalber mal für die letzte Runde machen. Ich meine, ich müsste das auch haben. machen, oder? Ich würde das auch haben. Und dann würde ich das auch haben. Und dann würde ich das auch machen. Wieso habt ihr Spiegeleier auf dem Kopf? Weil das unser Kostüm ist, das wir freigeschaltet haben. Damals. Damals. Damals, vor 80 Jahren. Ja, ja. Als wir noch jung und knackig waren. Das war ich doch nie, aber okay. Ich hoffe, einer verliert den Kopf oder sowas. Das wäre so gut, wenn es so ein Oberteil geben würde, wo wir so ein Knochen graus Ja. Aber ich finde es auch cool, dass das irgendwie so erscheinen soll. Gibt es das nicht, ein Oberteil, wo du da Knochen rausguckst? Ich weiß es nicht. Doch, gibt es. Den habe ich schon oft gesehen. Echt? Ja. Dann ist das gar nicht so, dass man das so hat. Ich will den Knochenoberteil haben. Ich habe das schon oft gesehen, dass da so ein Fall Guy rumgelaufen ist, der nur so aus dem Unterteil besteht und aus dem Unterteil so ein Knochen rausguckt. Nein. Die Genden haben erzählt, dass das halt von sich aus kommen soll. Wenn man mit Among Us leuten wird. Sobald das ist mit Impostor. Aber ob das mit Tod und Gedernis ist, weiß ich nicht. Ich bin ein Impostor in der Gruppe. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nee, irgendwie nicht. Toast Nein. 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 Ich habe einen Chopin. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Oh mein Gott! Woah! Hilfe! Woah! Woah אתентов. Woah- okay. Nein! Ey, fies! Ich hab drei. Ich schlitter gerade mit meiner Fresse. Oh mein Gott! In die Mitte rein! In die Mitte! In die Mitte! Yes! Geil. Oh mein Gott, ey, immer einen Punkt. Oh mein Gott! Steh auf! Hui! Hui! In die Mitte, in die Mitte! Ja! Ich brauch nur noch einen Punkt. Nur noch einen wickrigen Punkt, den hol ich mir so. Warum hat das nicht gezählt? Ich bin voll durch die Mitte, wenn ich noch keine Punkte bekomme. Wow! Oh mein Gott! Boah! Wer von euch ist das? Ah, das ist Nobera. Ah! Oh! Ich bin gerade an dem äußersten Rand abgeprallt. Ich bin reingefallen. Also ganz oben. Und dann bin ich auch noch in die Mitte gefallen. Was war das denn, Nobera? Oh no, 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 no! Ah! Die Hämmer, ne? Boah! Ich benutze die einfach falsch! Du sollst dich davon wegschlagen lassen, nicht damit hier irgendwie rumtwisten. Ui! 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 Durch die Mitte! Ja, Mann! Oh mein Gott! Ich fliege ich mal! Sehr gut! Sind wir alle durchgekommen? Äh, so doof! Alter Schwede, ey! Sah auf jeden Fall sehr interessant aus, was Nobera so abgezogen hat. Ja! Ich krieg mich! Ey, fand's halt lustig, dass ich ganz oben bei dem Rand von dieser Zieldingens abgeprallt bin, dann wieder runtergefallen. Wenn doch noch irgendwie mitgekommen wäre. Oh, ey, das war so bitter! Ey, ich hab grad einen zugesehen, der nur noch einen Punkt gebraucht hat und er war eigentlich schon auf dieser Landefläche und dann geht die Zeit zu Ende und es zählt nicht mehr. Oh no, das ist traurig. Alter, er hat einfach den Endsmash gemacht. Er war schon am Ziel, aber es hat nicht mehr gezählt. Ja? 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 Oh. Oh. Ich wollte einfach nicht. Ich musste noch überlegen. Gibt ja viel zu überlegen bei der geringen Auswahl an Spielen in diesem Modus. Hammer! Hammer! Äh, Hammer! 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 Oder soll ich doch den Hammer nehmen? Soll ich den anderen Hammer nehmen? Oder den Hammer? Hm. Oh, die Sushi-Rolle. Das ist auch so ein Kostüm, was ich haben will. Ja, ne? Oh mein Gott! 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 Alter! Oh mein Gott! Ich flieg nicht richtig, ey! Was ist denn das für eine Kacke? Ich flieg irgendwie auch grad nicht so gut. Jaaa. Jetzt aber! Oh, jetzt aber! Oh! Ich glaub, die haben die Schwerkraft nicht richtig kalkuliert. Huiiii! Huiiii! Weißt du, was ich auch am liebsten gehabt hätte? Dieses Puschen-Cat. Oh, die Katze war so ruhig. Oh, verpisst euch doch mal alle, ey! Hammer 2! Oh mein Gott! Ich bin auf den Hammer gefallen. Die schimmeln die ganzen anderen Boden hier im Weg rum, ey. Und ich triff den Hammer nicht richtig. Wolltest du den Hammer auch ein bisschen begrüßen von unten? Nee, du warst so fertig begegentliche Trecke breit. Ich war nicht fett! Ich bin flauschig! Sieht immer so übelst brutal aus, wenn so die Boden von dem Hammer so getroffen werden, dass sie regelrecht zum Boden geprügelt werden. Jaaaa! Oh! Oh, es hat nur einer es nicht geschafft! Oh, fies! Oh, in Frieden! Die sind hinten für Schuhe, der hat es mir so angetan. Ja, ne? Das ist echt geil, ja. Wenn ich das nötige Kleingeld hätte, würde ich ihn mir im Shop kaufen. Ah, ich merke schon, wo die Reise wieder hingeht. In welche Himmelsrichtung. Die Mauer! Auf in den Westen! Mhm. Ja, denn wer will jetzt schon im Osten bleiben? Noch mal Rabon im Osten. Ach man, immer diese Ossi-Wessi-Witze hier, ey. Großartig. Die Kamera ist gerade bei mir irgendwie ein bisschen weird. Ah! Oh mein Gott! Wieso komme ich nicht mehr in die Scheiß-Mauer rüber? Ich hab mir den Hammer! Das ist wohl der Hammer! Au! Au! Verdammt! Wui! Au! Wui! Oh Gott, die Runde ist gleich schon vorbei! Fliege! Oh mein Gott! Ich hab's geschafft, ich bin im Westen angekommen. Ach ja, grad so nach. Ja, grad so nach. Und der eine hängt da einfach nur noch an der Wand da dran. Großartig. Yay! So sehen Sieger aus! Mit dem Käse auf dem Kopf. Käse! Käse! Ja, liebe Freunde, das war's dann jetzt wieder mit einer Aufnahmesession von Fall Guys. Ja, richtig crazy, aber vorher gucken wir mal noch, was ich hier eventuell freigeschaltet habe. Ah, okay. Die Hose von Fall Guys. Äh, Fall Guys. Ich hab nichts freigeschaltet, wunderbar. Möchte ich mich herzlich an meine Mitbohnen hier bedanken. Mitbohnen! Ein Clubmitglied! Ja. Ich will eine Popbohnen sein. Abschiedet euch mal ordentlich. Wer seid ihr denn nochmal? Ich hab's vergessen. Ich hab's auch vergessen. Wer bin ich? Wer bist du? Was macht ihr hier überhaupt? Naja, wer des Lesens mächtig ist, der wird schon lesen können, wer hier bei mir war. Ich hoffe, es hat euch so weit gefallen. Würde ich mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Aufnahmesession wieder mit dabei seid. Und denkt daran, immer schön zocken. Oder in dem Fall runterfallen. Ciao. Okay. Tschüss. Okay. Baba. 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 Baba.